Was geht ab Leute, die Leute, die Leute, die Games hier und wir steigen direkt wieder ins Match ein. Auf geht's! Du kannst hin und her wobblen, wie du willst. Meine Schleimspur kann ich schon behalten. Guckt euch diesen Curveball an. Da würde ich dem Blooper direkt die Faust geben. Wat für ein Fehler. Der darf das auch. Naja, ist falsch aufgeschlagen. Lag einfach an der falschen Seite. Was ist so? Habe ich jetzt tatsächlich wirklich mittig auf dem Mast gespielt? Wow. Das ist ein Pisser. Ich sag ja, wird ein langes Match. Wie kann ich den Raum eng machen? Wie kann ich den Raum eng machen? Guck mal, der kriegt doch jeden! Und Mario kann die nicht anschnippeln, verdammt. Der spielt jeden Ball gerade. Ob der Slice ist, ob das Topspin ist, ist egal. Guck mal, der ist doch immer da. Ja. Die Krise, ey. Oh mein Gott. Hm. Das ist doch der einzige Weg, den ich gewinnen kann. Und ich kann auch nicht so schnell laden, weil der immer den Ball so scheiße schlägt. Das heißt, ich muss immer da hinrennen. Das ist die absolute Ausnahme. Kannst vergessen. Den mache ich nicht fertig. So nicht. Ich muss mir den Schläger kaputt ballern. Einzige Chance. Weil der reagiert immer zu früh. Hui, das wird scheiße. Komm schon. Looper. Wer rettet, ey. Jeden Ball, den ich so mache, ist es wirklich viel wert. Auf mit Breakball. So, warum ging der jetzt? Ich check das nicht. Nein, ey. Das wollte ich doch. Gut. Vermeiden. Gut. Er lässt ab und zu mal einen durch, aber. Gut. Das ist jetzt. Ah. Curve den nicht immer so. Ja. So schnell kann ich gar nicht drücken. Mann, du alter. Boah. Das ärgert mich so. Ich hab den... Scheiß Mario, ey. Der kann die Bälle nicht so curven. Das ist der Moment, an dem Controller kaputt gehen. Alter, auf. Der darf das auch. Boah. Boah, das ist so eine Ratte, ist das. An dem beiß ich mir die Zähne aus. Guck mal, der kommt an jeden. Nicht an jeden. Das sieht cool aus. Oh, den hab ich gar nicht gesehen gerade. Wenn ich das mache, habe ich einen Vorteil. Das war so doof. Oh Gott, das war so doof. Ich hab ein Spiel gewonnen. Wow. Wow. Oh, jetzt ist er aber am Pennen. Jetzt darf ich nicht zu laut sagen. Das ist so ein Alter. Ich darf den auch nicht hochspielen. Genau deswegen. Boah. Gib mir doch mal einen Stern. Ja, das geht wieder nicht, ne? Das Gefühl, ich mach Sport. Und ich hab vorhin den Sport gemacht. Spannend. Satz. Gib mir den Satz. Boah, was war das denn? Wieso? Wieso springt der nicht, wenn ich drücke? Ja, ich muss als erstes den Zielschlag machen, wenn ich einen Stern kriege. Ansonsten macht der ihn. Das wäre. Komm, schenk mir den Punkt. Alter. Boah. Manchmal curft er den so, manchmal curft er den gar nicht. Ich wäre schon wieder auf was nicht dran gekommen. Boah. Alter. Mario ist einfach ein Klotz. Ach, du alten Satz. Okay, kleine Technikpanne. Soll ich aber wieder gehen. Auf geht's. Und jetzt die Controller gehen. Ja. Das Problem. Ich muss im Stern stehen. Ich muss das gewinnen, bitte. Ja. Ich muss das gewinnen, bitte. Das ist der einzige Weg, wie ich gewinne. Nein. Ja, 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 ja. Ich bin noch da. Ich bin noch im Spiel. Ich bin noch im Spiel. Ey, ich hau den zusammen. Ey, das kann doch nicht sein. Es ist unfair, dass die CPU da so oft drauf schlägt. Ehrlich. Du kannst da gar nichts mehr machen. Komm, Alter. Ey, der hat jetzt jeden Ball durch den Mast gewonnen. Ich baller den gleich von den Schläger kaputt. Ehrlich. Habe ich als Mensch nämlich gewonnen. Und danach hat er, glaube ich, noch einen. Was der letzte ist. Ja, nee, ist klar. Ja, bei mir ist wieder aus. Ja, komm. Was ein Mensch, ey. Ah, wir haben beide zwei. Das ist das Entscheidende jetzt. Willst du mich verarschen? Yes, aber ich überlege schon die ganze Zeit, auf den zu ballern. Und wenn er den blockt, ist scheiße. Yes, komm schon. Ja, guck. Du bist zur Stelle, ne? Das ist so ein Arsch. Ja, sicher, ey. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Will den da irgendwie reinkriegen. Vor allen Dingen, wie schnell lädt er den Ball auf? Das ist immer die Frage. Geht gar nicht. Klar, kriegt er den noch rüber. Das ist so unfair. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist nur Glück, wer hier gewinnt. Wenn wir sieben kriegen. Sieben. Oh, Glück gehabt. Kommen wir natürlich nie dran. Ist klar. Das ist das reinste Frustrationsspiel. Super. Ich drücke natürlich nach vorne. Jetzt drücke ich schon wieder nach vorne. Aber ich habe eigentlich zur Seite gedrückt. Nehmen wir lange. Machen wir den zweiten Fehler, bitte. Fahr zur Hölle. Das war's. Ja, 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 ja. Das ist alles, was ich brauche. Ich konnte den nur so ausschalten. Der ist krass. Die letzten Kämpfe, die wären bestimmt interessant. Jetzt ist der Weg frei. Du hast es geschafft. Der Sturm hat sich zwar nicht gelegt, aber es ist gut zu wissen, dass du uns vor Blooper-Gefahren schützen kannst. Controller. Ey, sind die Switch-Controller immer noch so kacke? So. Wow. Wow. Genau. Das ist ein Blooper, der den Machtstein hat. Auf geht's, suchen wir ihn. Die drei hab Hahne. Dar nur noch einen Schaden.